Ich bin Peda Sigrist, ich bin Grafiker in Bern und neben der Grafik mache ich noch ein paar andere Sachen. Malen, so wie alle Grafiker, weil wir alle verhinderte Künstler sind. Und mit zwei Kollegen mache ich noch Kastspieltheater. Für das Kastspieltheater habe ich angefangen, wieder Lieder zu machen. Darum greife ich auch wieder mal zur Gitarre, das habe ich als Kind mal gelernt. Wir sind hier an der Jubiläumstrasse im Kirchenfeld in meiner Wohnung. Ich bin den ganzen Tag hier alleine am Arbeiten. Darum gehe ich gerne am Abendabend um die Leute. Früher bin ich viel Zeitgenossen, jetzt gehe ich mehr in die Piri. Ich bewege mich höchstens ca. 50 m um die Zeitglocke. Das reicht mir als Radius. Dort hat es genug Spülten.